Hallo, in diesem Video geht es um das Deep Web. Erstens, was ist das Deep Web? Es gibt ja dieses schöne Bild von dem Eisberg, also hier oben das sichtbare Netz, also Wikipedia, Google, Facebook, Bing, also alle Seiten, die mir über Suchmaschinen zugänglich gemacht werden. Und dann gibt es eben das Deep Web. Das finde ich nicht mit Suchmaschinen, aber es ist halt trotzdem da. Und dann gibt es noch das Dark Web. Da brauche ich dann spezielle Software, um überhaupt reinzukommen. Darüber wollen wir jetzt eigentlich nicht reden, sondern es geht einfach mal um das Deep Web. Wie entsteht es und wie kann ich da trotzdem Informationen finden? Eine einfache Möglichkeit, wie das Deep Web entsteht, ist zum Beispiel, dass ich mich da einfach anmelden muss, dass ich vielleicht ein Abo haben muss, wie zum Beispiel hier bei Heiße Plus. Wenn ich ein Abo habe, dann komme ich an Informationen ran, die in diesen geschützten Bereichen sind, die in diesen passwortgeschützten Bereichen sind oder in den kostenpflichtigen Bereichen sind. Und wenn ich halt dort keinen Account habe oder es nicht abonniert habe, dann komme ich da einfach nicht rein. Und das, was da drin liegt, das hat Google oder Bing oder Yandex oder Quant oder wie sie alle heißen, eben auch nicht in seinen Suchtreffern. Die Seite von Heiße, die finde ich über die Suchmaschinen. Auch die Seite, wo jetzt dieses Abo verkauft wird oder wo ich das Abo abschließen kann, auch das wird von den Suchmaschinen gefunden. Aber die Inhalte, die sich dahinter verbergen, die werden von den Suchmaschinen nicht gefunden. Die müsste ich dann auf Heiße selber doch suchen. Oder hier, um das mal praktisch zu zeigen, wenn ich nach Marken recherchieren möchte, dann gibt es eben da das Deutsche Marken- und Patentamt. Und das finde ich. Ich finde auch die Markenrecherche vom Deutschen Patent- und Markenamt. Ich muss mal jetzt ein bisschen komisch hier klicken. DPMR-Register. Genau. Und hier kann ich eine Basisrecherche durchführen, zum Beispiel nach Marken. Und jetzt kommt etwas, was Google und Konsorten eben auch nicht macht. Hier sind auf einmal Formulare. In das Formular kann ich irgendwas eingeben. Was weiß ich denn. Ego von mir aus. Und dann kann ich da gucken. Ob es da irgendwelche Einträge gibt. Und kann auch diese Markeneinträge mir angucken. Ich sehe, dass es hier gelöschte Marken gibt. Dass es vernichtete Akten gibt. Dass da eine Marke eingetragen ist. Und so weiter. Also das finde ich alles. Aber diese Seite, die mir jetzt hier angeboten wird, weil ich dieses Formular ausgefüllt habe. Das wird diese Seite, diese Information, die finde ich nicht in der Suchmaschine. Also das müsst ihr einfach verstanden haben. Es gibt Informationen, die kann ich sehr wohl offen im Internet finden. Sie sind aber hinter einem Suchformular. Und diese Suchformulare werden von Suchmaschinen nicht bedient. Das heißt, wenn ich an diese Information herankommen will, muss ich die Seite finden, auf der sich diese Informationen befinden. Wie zum Beispiel hier eben das, diese Markenrecherche. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit. Und wahrscheinlich noch viele, viele mehr. Wie so dieses Deep Web entsteht. Und das ist eben die Robots.txt. Also Robots, das sind diese Crawler, Spider oder so von den Suchmaschinen, die durchs Netz gehen und einfach gucken, was gibt es da. Die berücksichtigen die sogenannte Robots.txt, in der ein Webseitenbetreiber sagen kann, das darfst du in deinen Index aufnehmen und das nicht. Das ist freiwillig, aber die Suchmaschinenbetreiber halten sich da halt dran. Das kann ich euch jetzt mal zum Beispiel hier zeigen bei AuthorStream. Wenn ich hier direkt am Rootverzeichnis Robots.txt angebe, dann kann ich mir die auch anschauen. Und dann sehe ich halt zum Beispiel, dass diese WebResource, AXD, CryptoResource, was weiß ich, AuthorPoint, AuthorPoint Lite und so weiter. Also das hier vorne dran eben steht, is allow. User Agent Stern heißt halt alle Suchmaschinen. Aber was hier auch drin steht, wenn solche Worte wie Viagra, wie Mail, Enhancement, Pills und so weiter drin vorkommt, dann darf das nicht von Google in den Index aufgenommen werden. Und das heißt, diese ganzen Sachen, die können sehr wohl, also hier sehen wir auch übrigens mal ein Allow, also ein Erlaubnis, aber all diese Sachen, die jetzt hier stehen, die können sich sehr wohl auf der Webseite von AuthorStream befinden. Aber wenn in der URL irgendwas von diesen Worten auftaucht, dann darf das von Google nicht in den Index aufgenommen werden. Aber finden kann ich das auf AuthorStream vermutlich schon. Ich meine, das weiß ich jetzt natürlich nicht, weil ich habe es nicht ausprobiert. Aber möglich wäre es in der Theorie, aber Google und Konsorten kriegen das verboten. Oder hier CodeAcademy, wo ich also lernen kann, kann ich halt auch mal reingucken. Robots.txt Und dann sehe ich, die haben jetzt relativ wenig verboten, aber sehr interessant hier, sie haben einen Beta-Katalog, also unveröffentlichte Sachen. Könnte ich mir ja mal angucken, was da drin steht. Und wenn das jetzt nicht passwortgeschützt ist, dann komme ich da halt rein und dann kann ich mir angucken, was die hier haben. Und hier sehe ich schon, dass es da offensichtlich zwei Lernelemente gibt, die derzeit noch Beta sind, aber die dann wohl irgendwann demnächst veröffentlicht werden. Oder auch bei Google. Auch die haben eine Robots.txt bei sich selber. Und da steht eben auch ganz genau, wo Suchmaschinen rein dürfen und wo nicht. Und ja, aufrufen kann ich das natürlich trotzdem, indem ich das hier einfach übernehme und oben in die URL reinkopiere, wie ich es gerade bei Beta-Katalog gemacht habe. Was das heißt für euch, wenn ihr im Internet recherchiert, nur weil ich das jetzt über die Suchmaschinen nicht finde, heißt das noch lange nicht, dass diese Information nicht im Netz ist und ich muss mir dann halt überlegen, okay, wo könnte sich diese Information befinden und dann eben dort selber suchen. Ja, das war es für heute schon wieder. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.